Habt ihr Kleingeld dabei? Ja. So eine Handvoll 10er, 20er, 50er... Wenn man hier so reibt... Pass auf, pass auf, siehst du... Glaube ich nicht. Na, was ist das denn? Das glaube ich nicht. Was ist das denn? Das glaube ich nicht. Das ist Wahnsinn. Hey, hallo! Da läuft mir eben die Gänsehaut. Oh mein Gott! Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist krass. Unglaublich. Was ist das denn? Entweder würde ich jetzt aufbringen oder...